hallo liebe leute und herzlich willkommen zu einer weiteren folge meines cube let's plays ja und wenn mich nicht alles täuscht befinden wir uns gerade in einem dungeon nämlich in den catacombs of lano und ja wir werden natürlich damit weitermachen womit wir in der letzten folge aufgehört haben nämlich damit ja den dungeon hier zu enden zu exploren bis zum ausgang von diesem dungeon zu kommen und zu gucken was wir hier kriegen können schönes erstmal muss ich diese hübsche tür hier wieder öffnen mit unserer divine hub einfach nur weil die sich wieder geschlossen hat anscheinend seit dem letzten mal anscheinend verschließen sich wieder alle türen nachdem man die geöffnet hat wenn man das spiel neu startet was logischerweise passiert ist seit der letzten folge weil ja ich nehme immer eine folge pro tag auf von entweder minecraft oder cube world aktuell das sind die beiden let's plays ich am laufen habe und logischerweise muss dann jedes mal das spiel neu starten weil ob es die ich nehme nur eine folge pro tag auf nämlich die folge für den jeweils nächsten tag die wird immer am nächsten tag und tschüss die wird immer am nächsten tag hochgeladen und okay interesting schaffst du es hoch mein freund für diese mühe werde ich dich direkt mit tod oder auch nicht okay das gerade bitte kommt auf mich zu gerade ich muss meinen trank trinken glück glück springt von der ecke und von der kante und fällt werden ins endlose nichts alles klar alles klar danke danke für diesen anblick spiel betwetschwerden zu sehen ja übrigens verdienen diejenigen von euch und da gibt es mindestens eine person die das interessieren dürfte das weiß ich weil mir schon mal jemanden vom tata gelassen hat dass er meinen cube war das play gesehen hat und in dem cube war das play gehört hat dass ich an einer minecraft mod aktuell arbeite was zwar wie es denn da mit einer alpha oder beta version davon aussieht es geht zwar nicht um eine alpha oder beta version der minecraft mod an der ich aktuell arbeite allerdings geht es stattdessen und dahinten ist gar nichts okay tschüss katze i guess see you soon und so nachdem du da in den pit of doom gejumpt bist ja gibt es hier ist das der finale boss nee ist noch nicht glaube ich zu holen mit zwei um ein legendary skeleton sowas hat hier die dort die dodging skills hatte hier am start zu holen das skelett ja aber wie gesagt es geht nicht um um eine alpha oder beta meiner minecraft mod einfach nur weil soweit bin ich mit der mod noch nicht die wird einfach direkt komplett released werden da wird es keine alpha oder beta von geben wenn sie fertig ist ist sie fertig dann bringt sie raus vorher wird sie einfach nicht fertig genug sein um release bereit zu sein sage ich mal da fehlen einfach aktuell noch ein paar essentielle mechaniken die ich wahrscheinlich auch als letztes einzeln werde erst deswegen da wird es keine alpha oder beta von geben sondern direkt den release quasi und später werde ich aber noch ein paar sachen nachpatschen trotzdem wahrscheinlich die ich noch reinpacken will die allerdings nicht es nicht essential sind aber die werden später wahrscheinlich noch nachquetscht haben sowas haben wir hier glories iron shoulder armor of the leader ok ja aber heute habe ich mega fetten großen fortschritt gemacht ich habe jetzt endlich alle tools eingefügt ich habe jetzt also in letzten tagen alle ärzte eingefügt danach alle material items von den ärzten und jetzt habe ich schon mal alle tools eingefügt die man aus wieviel die kerzen party können wir demnächst halten ja anyways ich habe jetzt nachdem ich die ärzte und materialien eingefügt habe schon mal sämtliche tools eingefügt die man aus diesem materialien dann kraften kann das heißt die sind es auch schon mal drin jetzt fehlen noch die rüstung die man aus kraften kann die muss zum beispiel noch einfügen und noch ein paar gegner muss man einfügen diese sind noch geplant aber noch nicht nur im spiel spiel noch nicht drin hier muss noch einfügen und danach ist die mod fast release bereits tatsächlich nach denen nur noch ein paar ich sag mal ein paar kleinigkeiten er ist diese wache besser dann ist sie nicht okay das war glaube ich gar nicht glories woodstep opposierer matra großen der überhaupt da ist ja der ist definitiv nicht besser versuchen wir es wieder nur eingehen zu agon und statt hier wieder den heim raum zu agon und da kommt so ist bein und dann können wir den menschen aber ja übrigens für diejenigen von euch die gar nicht wissen was für eine mod ich hier gerade regner regner über welche mod ich hier gerade regner genau ich bin eine regenwolke und ich regne manchmal über motz rüber und dann wachsende schöne pflanzen in den motz und so aber ja für diejenigen von euch die gar nicht wissen was für eine mod ich hier gerade rede oder worüber ich überhaupt rede aber erst mal ich bin ein indie dev ich entwickle apps und spiele und aktuell zum beispiel auch im microsoft mod und werde fast getötet von gegnern die starke angriff machen die ich jetzt allerdings töten werde und einen davon und er wird mich nicht töten weil ich mich beteile so aber ja ich entwickle aktuell hauptsächlich apps und microsoft mod später sind aber auch richtige spiele geplant aber die apps nicht entwicklen sind auch spiele apps also android spiele als apple spiele aktuell wer greift mich denn da an wie kann er mich nur angreifen und die erste sind wir essen das du da bist das ja 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 okay so dann wirst du glauben dass mein freund und kann sagen warum machen diese freute nach so viel damage vorher war das noch nicht so und das war natürlich zwei feuer tornado gegner ineinander die ihre tornadoes ineinander reinge ja nein reingestreckt haben deswegen haben die doppelt so viel damit gemacht wie ein normaler 1 2 mit einer waffe danke auch du bist es dann glauben dass mein freund die waffe sieht besser aus der die waffe ist auch besser sehr gut ein kleines waffen upgrade in dieser stelle sehr schön aber ja wie viel habe ich es gab schon gesagt ich habe ich habe das gefühl ich habe mich komplett gesidekt was ich was ich auf jeden fall sagen wollte zu dem ort ist ja es ist eine komplett neue dimensionen spiel oder andere waffentyp oder haben wir gerade hatten wir nicht hatten laserwaffe egal ich kann mit allen waffentypen umgehen deswegen spielt eigentlich keine rolle aber ja die mod wird jede menge neuen content in minecraft einfügen komplett neue dimension mit neuem gras neuem dirt neuen erzen neuem stein neuem keine ahnung neuem schlag mich tot schlag mich tot drei neue bosse wird zum beispiel aufgeben kannst du bitte mal still stehen bleiben beim papier inklusive boss reden jetzt nein stop it ja friss wasser blasen schnitt an so weg mit dir ja wie gesagt neue bosse und neue boss reden etc pp und das alles in einer neuen kasten der menschen das wird nur kordes skelett okay das wird alles ziemlich cool denke ich mal deswegen falls interessiert sein sollt an einer coolen minecraft mod die bald auskommt wird die eine kasten der menschen edit und kasten neue bosse und dieses und schlag mich nicht tot oder schlag mich vielleicht auch doch wie ist das sprichwort schlag schlag mich tot oder schlag mich nicht tot ich habe keine ahnung egal ihr wisst dass ich meine falls ihr daran interessiert sein solltet und an development ab ab der updates unter zum beispiel auch an dem video wenn das team dann rauskommt zum beispiel da werde ich logischerweise dann hier ein ankündiges video und zum spaß hier auf den kanal hochladen falls ihr auf jeden fall in seinem mod interessiert sein solltet oder vielleicht auch einfach nur allgemein an meinem channel sh3pp und vielleicht auch noch kein abo da gelassen haben solltet ja dann lasst mir natürlich lieben gern abo da das würde mir mega aushelfen und mich natürlich auch mega freuen ja bleibt einfach genau starten wir weiter schönes gesicht dann kannst du nämlich nicht die gegend fliegen nämlich allerdings fast töten hoppola sehr lustig für dich schlagen einfach nicht so genau so ist perfekt so ist noch besser und jetzt kommen wir uns kurz im dossier nur kohle skelett er meint das ist nicht ein kurzer kampf zu befinden er langer kampf und das kräfte echt viel ap genau schön die wasserblasen rein angreifen perfekt weil jetzt die schön selbst mal mit meinen wasserblasen neben dreien angreifst mr muhokor das geletzt so ist brav schön k.o gehen aber ja wie gesagt falls ihr noch kein abo da gelassen haben solltet und entweder zum beispiel mein cube let's play feiern solltet oder generell mich oder mein content oder was auch immer oder halt einfach an der mod und der weiteren entwicklung der mod interessiert sein solltet dann lasst mir doch lieben gern ein abo da das würde mich auf jeden fall sehr freuen und den lieben muhkor hier bestimmt auch denn dann werden in zukunft mehr leute dabei zugucken wie er mich vermöbelt oder auch nicht weil er jetzt nicht sterben wird und ihn dann nie mehr wieder sehen werden weil ich diesen dann schon verlassen werde ha 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 so bitte stirbt einfach ja das ist ein guter deiner ja perfekt genau so pompis shoulder shoulder aber allerdings ist es kotten aber deswegen können wir nicht anziehen auch wenn sie pompös ist pompöse kotten shoulder arm hatte gehabt der liebe ich habe seinen namen schon ich habe seinen namen echt schon wieder aus meinem kopf gelöscht vergessen so so wichtig so 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 ein absolutes schlüsselelement ist in diesem let's play so wichtig ist er so sehr wird er sogar davon profitieren wenn ihr mir jetzt ein abo da lassen würde ja also gar nicht unter die bemaßen hier der wird dafür nämlich natürlich auch genauso sehr profitieren nämlich gar nicht weil er einfach sterben wird höchstwahrscheinlich zumindest und dann werden wir nie wieder sehen weil es einfach nur in random boston und dungeon ist genau den anruf sollst du bitte nicht machen das ist nämlich der einzige anruf mit dem könntest du mich nämlich auch zu töten nein nein genau das war einmal schön weiter schwache angriff genau und dann gehst du sterben hier sind wasser blasen in deinem gesicht sehr schön eine genau oder auch nicht genau keine ahnung das lässt es besser sein mit dem kinder kratze so viel ab hier hat er noch 8000 den haben wir gleich ich bin aber auch relativ los so genau mach schon wieder warum macht er mich stark an das band richtig hart richtig hat die starken angriffen sind richtig unfair das gefühl hat viel zu viel mp irgendwie jetzt kommen die ganzen schwachen angriff anscheinend und es kommt gleich wieder 30 starke anrufen folge anscheinend ist ein feuer mädchen gestern die ganze feuerpartikel um sich drum hat und jetzt verdauen deswegen spielt es dann auch keine rolle mehr was er mit war er hat mich schulder arme gelobbt und die ist auch tatsächlich und wir andere schulder arme damit ich gucken kann welche besser ist habe ich keine andere schulder arme ich habe damit sich etwas an zig schulder arme hier noch oder klaus da welches besser die neue ist besser tatsächlich das heißt ja weil die alte war die schwarze und die neue das ist askarls brilliance schulderarm hieß der askarl hieß die askarl geste davon vom lieben askarl geklaut die schuld habe und mutwort auf arakbatos der da ist nicht besser okay der schon mal nicht besser als unsere aktuelle waffe das ist gut zu wissen aber noch eine kerze die wir es looten können was ist das echt mit den kärznerin ist das irgendwie hier die kerzenfabrik oder was wenn ihr die kerzen für für all of cube world land ich weiß nicht wie es eine gute frage wie heißt die welt von cube world aber weil keine ahnung das wird einem irgendwo genannt man hat halt diese namen hier von den areas hier das ist hier wie heißt die area dark cober woods rota planes aber wie heißt die welt hier so keine ahnung welt name wird einem nirgendwo nirgendwo genannt i guess cube erde oder so aber keine ahnung ist das hier die kerzenfabrik der cube erde oder was weil gefühlt sind hier alle kerzen jemals irgendwie fünf mal so viele kerzen wie in jeder anderen look da ist schon wieder eine was was ist das ist das hier die candle factory oder was von wegen katakombs auf lander lan oder lan oder das ist das ist hier die candle factory auf plano oder lan oder keine ahnung was ausspricht und auch kerzen hat das keine kerze ok darin können keine kerzen generiert werden weil einem schuh habe ich glaube die räume sind speziell sind nur räume hier ob hier drin kann keine kerze generiert werden question mark vielleicht auch schon aber dann wurde er wird einfach keine generiert werden werden es wohl nie wissen zumindest jetzt vorerst man nicht wissen legendary flannel shoulder aber auch vorhin okay wo die ist glaube ich ist noch besser als die shoulder aber die wir gerade gericht haben tatsache die ist noch besser aber wir haben immer noch nur ein vier sterne aber wir haben immer noch keinen fünf sterne aber obwohl ich jetzt keine ahnung wie viel legendary luchungen kriegt hat wir haben wenn wir nicht nur gut gekriegt haben immer nur lud für die immer wieder selben schluss gekriegt echt nervig ja keine ahnung echt doof aber ja hier haben wir eine truhe und da dürfte das nächste art schreckt in sein damit sind wir noch level 24 bald auf dem 25 schon und das ist die mona war so anscheinend okay im schluss ding und die mona war so was kann die mona war so dann da ist er swimming speed okay wo haben wir eine swimming speed plus 4 sehr schön ja unsere und unsere bus hier kann sich mittlerweile echt sehen lassen light radius plus 3 das ist nix keine ahnung das kann man fast schon immer hier ist das bringt halt fast nichts wobei das glaube ich schon steckt ich glaube ein neuer frischer charakter hätte nicht mal annähernd so eine helle lampe wie meiner der hat irgendwie da wird das licht bis hierhin geben da wird es schon richtig dunkel werden glaube ich was haben wir noch riding speed ist ganz nett hier plus 160 prozent ja so wie wir ganz gut 60 prozent mehr riding speed hengladings 148 prozent auch ganz gut und sailing speed 135 ist auch gut swimming speed ist nicht so useful i guess und climbing skill oder climbing speed climbing speed kann auch useful sein wenn man diese climbing boots und ich habe jetzt aber naja gut ich würde fast sagen nachdem wir das sind sie abgeschlossen haben mache ich erst mit den stern hier weg weil wir jetzt hier damit ja auch fertig sind ist da noch irgendwas hier ja das ist noch ein turm okay dann die stelle lasse ich erstmal noch ich würde fast sagen wir werden jetzt folgendes machen ich suche es erstmal die nächste beste karte auf der stadt genau die nächste stadt auf der karte es dürfte dir sein da teleportieren wir uns noch mal kurz rüber auf den dann schon die dann schon der stadt haben wir auch schon abgeschlossen allerdings will ich noch mal kurz in die shops der stadt gehen um genau zu sein in den ich würde sagen ganz shop was was ist falsch am kopf heute ja wir gehen waffen laden da kauft man sich erst mal ak und dann ballern wir erstmal die ganze gehen aber ein haufen ak weil natürlich oder m4 so je nachdem was euch lieber gefällt also ich bin eher so der ich weiß gar nicht so richtig präferenz zwischen akarn und hier habe ich eigentlich auch nicht aber wir kaufen uns dann hier rüstung so dass das was ich eigentlich sagen wollte da gucken wir gucken wir mal bin und so ein bisschen die rüstung upgraden können ja und dann gehen wir noch mal zum schloss gehen gucken bin castle boss endlich killen können damit die ganze über one oder two shoppen kann mit dem gefühl jedem angriff was überhaupt nicht unfair so so weil ich überhaupt nicht schon einen kompletten entgegen die haben wir trotzdem komplett op ist sehr balanced auf jeden fall ein gegner aber aber ja das wenn wir es gleich rausfinden erstmal gehen wir jetzt zum lupen menschen für die dies nicht wissen dass das ist ja das ist kein analyzer sondern lupen mensch der ist eigentlich halb blind und aber das brille wurde noch nicht erfunden deswegen läuft er mit seiner luke um oder so oder auch nicht so left overs was sagt der left overs man hier linn schulammer schulammer ok ja selbst wenn ich so anziehen könnte was ich glaube sogar wenn du kann oder kann ich linden anziehen ich kann zirk anziehen ich kann siemals anziehen her dass eine waffe waffen brauchen wir nicht noch mal schulammer spielen bitte mir egal egal ob für meine klasse und ich kann ich bitte nicht schulammer kriegen oder eine waffe bitte irgendwas anders außer als waffe oder schulammer ok das ist eine waffe glaube ich habe einen fest auch eine waffe damit gehen wird alles außer schulammer und waffe schild gilt es als waffe es geht in waffensort also ja gilt als waffe plis gehen ok nein ich möchte alles außer test aber und und ich möchte auf keinen fallen ring okay kein fall chest arm oder ring ich kann es nicht mal ich kann es nicht mal niemals breiten indem ich sage was was ich ne wirst du meine selbst das klappt nicht okay ich kann es nicht was wir was reden shoulder ist das im joc boots ok immerhin ich bin zufrieden es ist kann game stopp ich habe ein item gericht das nicht in waffen oder oder shoulder slot geht es ist bisschen so super ob es ist es so ein kind of joke ist es ist ein kind of out-of-date april spirito strong but me what w tf spiel auch nur so so i heard you like showdown and weapons i heard both are pretty great you want some of us shoulder 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 and shoulder arm ist es ist mit so ein kind of joke ist es ist so ein kind of joke i'm not gaining right now lebe ich jetzt in shoulder aber will oder was nur jetzt ich werde dir kaufen als plus aber ist ich weiß nicht genau wie schon besseres plus am stück für shoulder und schulders lot habe aber kann man geben was für fünf stücke shoulder arme und 1 2 3 4 nicht shoulder am slot items 1 2 3 4 4 nicht schulamt was was ist falsch mit youtube heute dass das spiel dreht im komplett am rad habe ich das gefühl aktuell btf ok alles klar gut zu wissen ja du bist ja auch rum und drehst dich im kreis oder was wenn ihr der pirat der liebe benny sagt uns sogar mannützliche sachen was hast du mir ganz schönes verraten wenn ihr da ist eine hexe und das ist aber gut zu wissen da ist leider kein respondpunkt deswegen werden wir die einfach ignorieren wahrscheinlich nicht nur erstmal sondern wir werden sie einfach ignorieren weil ja wir sind fast wir sind fast fertig mit der region hier es gibt eigentlich nur das schloss da zum abschließen wenn wir das schloss abgeschlossen haben dann sind wir primär deswegen würde ich sagen gehen wir zu dem schlösschen da vorne oder auch nicht weil ich erstmal gegen die kante fliege und dann erstmal koge wo ist meine katze hier lohnt das retten er logischerweise als hier bergaufwärts geht und bergaufwärts fliegen bisschen doof und hier ist könnte ich schon fast wieder hängen bleiben glaube ich ja wohl bitte nicht bitte nicht mit nicht gott damit aber von hier aus kann ich hängen bleiben ha 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 so hier können wir rüber hängen gleiten und dann kennst du den hängen leider und fliegt nicht wieder gegen die kannte wieder und voll der und den rest laufen wir das ist laufen wenn lässt den rest reiten wir einfach unsere katze und kommen dann da hoffentlich gleich relativ zügig an wenn ich nicht in dem baum drin feststecken danke spielt naja danke danke vielmals so und jetzt sind wir fast am castle angekommen und wenn wir dann gleich da sind hoffe ich jetzt einfach mal ich würde müssen auf die rechte seite und auf der rechten seite ist glaube ich der eingang aber ich hoffe einfach mal dass wir dass wir das gleich reingehen können und die geht eigentlich alle response sind das für echt recht recht angenehm würde ich mal behaupten denn es kann sein dass schon wieder den ganzen tag vergangen ist seitdem ich selbst mal hier war und wieder alle gegner response sind das heißt wir müssten uns wieder bis zum boss durch kloppen und so und so weiter und so fort was ich nervig wäre ja hoffen wir einfach mal dass die endlich response sind das wäre nämlich sonst ein bisschen doof sollte der boss mich um uns jetzt gleich killen und wir das nicht schaffen dann werde ich mir noch geld warum nicht der geld rum habe ich habe das letzte mal nicht aufgesammelt weil ich keine zeit hatte uns aufzusammeln weil wir ein portion effekt hat der innerhalb von drei minuten abgelaufen ist und ich musste das ganze dinge klären weil auch beim letzten mal ich habe es nicht geklärt bin aber durchgerutscht und da war ja was ja ich musste das ding klären an punktzeichen im sonde von ich musste auch hier die türme hochklettern und dann diese running tubes noch mal zu stören weil man wie jedes mal weil die hat auch respawn wie alle gegner auch in so karten alle anderen auch die musste ich also noch mal zerstören um dann wieder rein zu können und etc pp tier die artulang den read ja die ganze leben noch weil ich sie nicht gekillt habe weil es nicht gehen musste deswegen könnte ich jetzt wieder kehren aber ich werde vorbeilaufen wie beim letzten mal auch schon weil es bringt mir nichts zu killen weil sie sein ich habe eine kleine chance dass die eventuellen aber naja die chance lohnt sich auch nicht wirklich ja hallöchen und tschüss dass der boss die medien zu drin dürften noch alle tot sein eigentlich normalerweise und ich würde fast sagen wie bereits gesagt ich probiere es noch einmal ohne portion das wird wahrscheinlich komplett scheitern ich habe wahrscheinlich komplett auf die fresse kriegen aber dann überlegen fange ich an mit einem water bubble angriff er kommt versuchen versuchen was damit macht oh gott ist das war ein fehler das war schon jetzt kann er natürlich später noch kommend dieser boss als vorher dieser dieser boss was ist das was was hat sich wohl dabei gedacht als er dieses dead rolls eingefügt dazu ja der boss kann fünf milliarden prozent in der schenke und krit chunks haben mit fünf milliarden prozent in die schenke kriegt damage und der boss kann auch zehn milliarden hp haben so fast unkillbar ist und der boss kann irgendwie zehn milliarden base damage haben und der boss kann außerdem komplett op sein wird teams balance das ist bestimmt ist es gut wenn das spiel solche gegner generieren kann das ist das team ist very fair balanced am schulwert battle make for a great experience ja keine ahnung was was wohl also ich dabei gedacht hat aber ich bin mir echt sicher dass weil das ding ist ich bin echt wenn ihr guckt ich bin bei pretty much endgame gear angekommen so es ist viel besseren gear kann ich mehr oder weniger nicht haben die komplett auf die fest von dem boss so kann man gehen und es ist auch nicht mal so als ob es in den challenging boss wäre es einfach nur straight up unfair so der boss one shot dich einfach das wusste wo ist die challenge ich hab mich irgendwie attack nicht ausweichen muss aber der boss ist einfach op er ist aber straight up op pdf pdf ja gut ich werde es hier kurz den hängen der flug über den see machen dann mache ich gleich einen kurzen cut und schneiden wie den rest des weges hier raus weil nothing really eventful will happen ich werde einfach wieder an den gegner vorbeigehen und ja ja bis gleich bis bis zum boss so ich bin fast im boss raum und habe irgendwie zehn bis zwanzig oder dreißig sekunden oder so fotisch rausgekattet i guess aber nicht wirklich viel aber es ist worth weil ihr mussten mir jetzt nicht aber zusehen wie ich einfach wieder hier hinlaufe ich habe gerade noch ein paar gegner kill die mich gestört haben in so einem inneren ring geschlossen sage ich mal einfach nur weil die mich immer wieder steuern werden wenn ich hier durchgehen muss und die die glocke da spielen muss so und jetzt kraft und dass man wieder ein paar potions bereits gesagt ich weiß nicht ob die sanity portion auch was bringen weil die bringt halt plus 20 prozent resistance aber ich glaube das wird nur magic resistance sein oder sowas deswegen würde ich sagen wir machen wir eine toughness portion oh die kann man sogar größer machen wenn man da drüber habe das interesting eine power portion und eine live portion machen wir auch so das dürfen die drei potions sein und dann gehen wir einfach hin wo wo sind die in welchem inventory ich glaube hier ganz unten unter unseren zehn milliarden kerzen live power und toughness sehr gut und damit haben wir zu der zehn minuten lang diese portion effekte und ja ich würde sagen wir versuchen das ist noch mal bitte gehen verdauen oh nein ja das bin aber ordentlich jetzt was ich habe jetzt letztes mal ich glaube ich 1400 max op in dem fight jetzt habe ich 1500 max op mit dem ganzen portion effekten halt aber jetzt dann doch ein bisschen bessere sekunden hat oh mein gott ein bisschen besser ist aber wirklich auch nur ein bisschen besser sekunden dass ich jetzt habe das ist doch es ist doch einfach ein scherz oder ja ich will wir hören gleich wieder so da sind wir wieder kurz vor dem boss rum hier irgendwo ich da müsste um die ecke sein glaube ich ich habe ja schon ein paar mal in meinen videos gesagt so ist das der hartes boss in the game aber no joke das ist einfach ich bin mir sicher dass sie ist der schwerste boss das ist zumindest der schwerste boss gegen den ich jemals gekämpft habe das ist dieser boss ist einfach so broken das ist halt der hartes boss in all of cube world gefühlt keine ahnung was das für ein boss ist er hat mich jetzt ab dem locker schon fünf bis wieso lebst du noch wieso lebst wieder hat das gerade schrocken wtf ich habe den zwar schon fünf bis zehn mal attempted oder so eine kill mich immer wieder und wieder und wieder und es klappt einfach nicht ich krieg nicht da und ich weiß nicht wieso es ist echt krass dieser boss und vor allem wie ihr vielleicht jetzt hier oben seht die portion effekte werden anscheinend geklärt wenn man stirbt das heißt ich muss jetzt jedes mal auf den ganzen mist potions wieder kraften ja ich hätte es auch noch mal so ein centipotion mit kraften diesmal also werden es doch mal alle potions kraften müssen ob die du spiel und spaß für die ganze familie oder so jetzt würden wir die ganzen potions saufen die sind sogar vier in der zahl ich weiß nicht was diese grüne portion ob die irgendwie nur magic damage resistance gibt oder nicht wo ist meine katze so du musst jetzt mich hier du wirst jetzt mal mit schild du wirst gleich sterben müssen tut mir leid aber ich kann den der menschen nämlich allein nicht denken dann probieren wir das jetzt hier nochmal ich bin schon wieder so preventive lebt wie hätte meine katze drei jetzt meine katze darum was ist denn das ja okay ja genau jetzt machen wir dann denn bs angriff und freudig des lebens so ja ich komme schießt in die wand oder so ist mir egal nein nein ich kann es nicht raus selbst wenn ich raus bin trifft er mich halt auch fast was ist das aber ich dachte irgendwie jetzt dann effekt sound gemacht keine ahnung die verdauern bitte gedauern ja die ko genau perfekt und jetzt hiel mich 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 in die wand geroll das war nicht gut selbst mit diesen ganzen mit den ganzen bach effekt von den potions macht dieser gegner halt so krank für damit ja kommen erst fast habe ich spiel please bitte stirbt einfach bitte ja genau nimmt water bubbles läuft da rein und stirbt ja ja habe ich spiel kann man genau nein dort tut oh mein gott bitte bitte sie mir die dritte folge ich versuche diesen gegner zu kehren und ich weiß es gar nicht ich komme immer wieder zurück zu dem gegner und er ist einfach nach einfach so stark ja geht da und bitte bitte geht da und nein erhielt sich nein nein i refuse i refuse du stirbst jetzt du stirbst jetzt nein stirbt doch einfach mein gott erhielt sie schon wieder was ist denn das ich glaube es kann sich nicht mehr hier und ich glaube ich habe ein ganz sämtliche hilfreich genau schießen meine katze ja auch auf die katze auf die katze bitte einfach auf die katze schießt die katze ich gebe dir kein nein ich du kriegst keine zeit von mir schießt meine katze okay er hat gerade einfach den die animationen für den cancel des sound oder den sound die kanzler hat die einen den angriff trotzdem noch gemacht ist das irgendwie ein joke btf game okay egal er hat mich noch nicht gekillt am happy just die just die die skoda yes yes bitte 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 spiel oh mein gott ja vor allem er so ein art fact ich habe irgendwie gar nicht geglaubt dass der gegner überhaupt ein art fact droppen würde aber er hat tatsächlich ein ziemlich cooles art fact glaubt oh mein gott die miyaxa war so okay da ist die miyaxa war so die ist irgendwie useless die hat irgendwo ich habe ich glaube swimming speed und mich gar nicht verlesen haben immerhin immerhin was hat er mir gedroppt nicht mal als equipment dass ich ansonsten kann dank danke danke spiel willi genau das was ich jetzt gerade brauchte oder so oh mein gott das könnte ich das echt nicht vorstellen dass das fühlt sich so gut an ganzen gegner gekillt zu haben es ist echt durch die dritte oder vierte folgen der ich versucht habe diesen gegner zu killen und ich bin jedes mal wieder kommt man mit leicht besseren hier leicht besseren hier weil ich habe hier ist halt wirklich nur leicht besser weil ich bin am endgame hier mäßig so ein endgame mäßigen gear hat schon angekommen mehr oder weniger für die region hier und trotzdem war der gegner so op stark wtf aber jetzt haben wir ihn endlich down finally ja falls ihr übrigens noch nicht abonniert haben solltet das könnte natürlich vielleicht ein abo wert sein so hint hint aber falls ihr nicht wollt ich finde ich das natürlich auch verstehen aber lasst mir übrigens auch lieben gerne einfach einen kommentar da was ihr von diesem gegner haltet zum beispiel würde ich mir sehr interessieren was andere leute von diesem absolut ridiculous gegner halten ja und lasst mir lieben gerne auch ein like da falls ihr das machen wollt aber ich lese immer gerne kommentare dazu schreibt mir gerne mal in die kommentare was ihr von diesem absolut wirklich lächerlich starken gegner haltet es ist aber lächerlich wie op dieser gegner ist wtf ja lasst mir gerne kommentar da in dem mir das vielleicht einfach sagt was ihre und davon davon halten sie muss frei dir wie auch immer ich verabschiede mich erst mal von euch wir sind bei ich glaube 27 minuten aufnahmzeit ungefähr angekommen das könnte aber auch nicht ganz stimmen weil ich paar cuts gemacht und ich weiß nicht ob ich mein timer wirklich mal angehalten hat wie auch immer wir sind ungefähr so bei der typischen aufnahmzeit für mein let's play videos angekommen 25 bis 30 minuten deswegen ich verabschiede mich erst mal von euch und hoffe natürlich dass ich auch im nächsten video wiedersehen darf indem wir dann ich glaube gab es noch ein circle of power oder so irgendwie sowas das interessiert mich noch den würde ich auch noch abschließen wollen eventuell hätte ich sogar vorher abschließen sollen es mir gab während dem fight immer so eingefallen ja den hätte ich vorher abschließen sollen einfach nur weil das circle of power da ist ja dann machen wir mal auch mal wieder so ein sternkreis drumherum mit zehn milliarden stern vielleicht auch zweiter sternkreis so damit ich hier weiß und da da musst du noch hingehen zu den zehn milliarden stern den werden wir uns dann nochmal angucken in der nächsten folge einfach nur weil ich weiß nicht genau was es da gibt da gibt es glaube ich keinen artifact aber ich würde ganz gerne einfach mal abschließen und eventuell hätte der mich noch mal ein bisschen hochgepowert für den boss fight jetzt ja wie auch immer wie gesagt ich verabschiede mich von euch und hoffen natürlich dass ich euch auch in der nächsten let's play folge wieder antreffen darf und wünsche ich noch einen schönen rest morgen mittag abend oder eine schöne restnacht denn ich weiß natürlich nicht wann ihr dieses video guckt ja wie auch immer bis zum nächsten mal tschüss